Und auch durch eine eigene chronische Erkrankung bei mir zwei Jahre später ich so angefangen habe, dieses Konstrukt Medizin zu hinterfragen, weil es mich einfach interessiert hat. Gar nicht jetzt irgendwie mit der Absicht, da was unglaublich Furchtbares aufzudecken oder so. Natürlich war mir klar, Medizinskandale hat es immer gegeben, früher wie heute. Und dass die Pharmaindustrie wirtschaftliche Interessen hat, all diese Dinge, das war mir natürlich klar. Und ich bin aber trotzdem so ins Detail reingegangen, weil ich mir gedacht habe, chronisch finde ich irgendwie komisch. Also mich hat dieses Wort, dass etwas chronisch sein soll, das wollte ich vielleicht auch nicht wahrhaben. Vielleicht war das auch erstmal meine erste Motivation zu sagen, da recherchiere ich mal und gucke ich mal. Und jetzt mal auf mich bezogen, weil ich dann bei einem Arzt war, der mir gesagt hat, ja, Sie müssen das und das Medikament nehmen und das nehmen Sie einfach bis an Ihr Lebensende und wir dosieren das immer hoch und dann ist gut. Also bei mir war es eine Schilddrüsengeschichte, Schilddrüsenunterfunktion, eine chronische, die diagnostiziert wurde. Und auch das fand ich komisch. Ich soll jetzt 40 Tabletten nehmen, jeden Tag? Also ich glaube irgendwie so ein, wie hieß das Zeug, Thyroxin oder so. Und das muss 2012 gewesen sein, ja, genau. Und habe dann gedacht, nee, das will ich nicht. Ich würde einfach gerne mal gucken, woher kommt das denn? Wieso ist das denn so? Wieso reagiert mein Körper denn so? Was mache ich denn so falsch? So, und durch diesen Prozess bin ich selbst auf viele Erkenntnisse gekommen, dass ich zum Beispiel bis zu dem Zeitpunkt meine Dinge nicht ausgesprochen habe. Also im wahrsten Sinne des Wortes, psychomatisch gesehen, könnte man jetzt sagen, mir ist das im Halse stecken geblieben. Ich war immer so sehr, sehr angepasst. Habe immer versucht, es anderen recht zu machen. Wenn andere sich gut gefühlt haben, habe ich mich auch gut gefühlt. Ich konnte sehr schwer damit umgehen, wenn es Disharmonien gab, all diese Dinge. Und ich habe dann angefangen, also A, meine Ernährung umzustellen. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Habe aufgehört, Kuhmilch zu trinken. Ich sage das jetzt auch an dieser Stelle, es ist immer nur für mich. Also bei viele, das heißt jetzt nicht, dass das bei jemandem anders funktioniert. Bei mir hat es halt funktioniert. Ich habe dann meine Ernährung umgestellt, habe Industriezucker weggelassen und so weiter und so fort. Und habe aber eben auch geschaut, was könnte das sein. Bin dann auf diese Psychosomatik gekommen und habe von dem Zeitpunkt angefangen, die Dinge auszusprechen. Habe Leuten gesagt, was ich denke. Und das war im ersten Moment für mich wirklich hart. Also das sind ja, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern man ist ja so in seinen Mustern gefangen, dass man sich auch jedes Mal wieder selbst in den Hintern treten muss und sagen muss, nee, die Situation ertrage ich jetzt nicht, sondern ich gehe jetzt in den Konflikt rein. Und das habe ich dann gemacht. In allen möglichen Bereichen. Im Beruf, in meiner Beziehung, wo auch immer. Ich habe angefangen, in den Konflikt zu gehen. Und habe gelernt, dass einen der Konflikt nicht umbringt. Sondern im Gegenteil, der Konflikt hat bei mir dazu geführt, dass sich diese chronische Erkrankung aufgelöst hat. Ich bin vor zwei, drei Jahren beim Arzt gewesen und ich habe es nicht mehr. So was soll ich sagen. Ich habe bis heute nie eine dieser Tabletten genommen, nicht eine einzige. Es geht mir gut. Wer heilt, hat recht. Also von daher war das für mich so eine Erkenntnis auch von, ich würde es gerne einfach mit der Welt teilen, aber eben ohne einen Absolutheitsanspruch zu heben und zu sagen, also so wie ich das jetzt gemacht habe, wenn ihr das genauso macht, funktioniert es auch bei euch. Nee, ich will irgendwie darüber nur reden, um Menschen die Hoffnung zu geben, dass wenn sie sich auf die Suche nach den Ursachen machen, darin für mich eine große Chance liegt, Dinge in die Heilung zu bringen. Und dadurch, und das war deine ursprüngliche Frage, bin ich eben sehr offen auch anderen Themen gegenüber geworden. Es hat sich dann immer so erweitert, so Stück um Stück um Stück. Und mein altes Weltbild, was da war, ist so nach und nach immer weniger geworden. Das musste ich von der Wand nehmen und gegen ein neues Weltbild austauschen. Und ich wäre jederzeit bereit, das Weltbild, was ich gerade habe, wieder auszutauschen, wenn ich zu neuen Erkenntnissen komme. Also das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich glaube, das war sogar deine vorletzte Frage, von der ich dann ein bisschen abgekommen bin in den vergangenen zwei Jahren, tatsächlich flexibel zu bleiben und alles für möglich zu halten. Für mich ist mittlerweile, alles ist möglich. Nichts ist mehr unmöglich, sondern es ist tatsächlich alles möglich. Nämlich dann, wenn ich mir anschaue, wie faszinierend es ist, alleine nur, wenn man sich da mal reinfühlt, dass hier jetzt zwei Menschen sitzen in so einem Raum und ein Interview aufnehmen auf so einem Planeten, der durch so ein Weltall rast. Und also mit einem gigantischen Universum, mit Milliarden von Sternen und dem Mond und der Sonne, die genau in dem richtigen Abstand steht, damit wir hier nicht verbrennen. Und wenn man an der Nordsee ist, Ebbe und Flut, wieso ist das Wasser plötzlich weg und kommt wieder? Warum kann ich meinen Arm bewegen? Warum kann ich eigentlich so machen? Warum kann ich nicht lachen? Was ist überhaupt Sprache? Wieso kann ich atmen? Also wenn ich anfange, mich wieder für die, also wieder diese Faszination zu entdecken, eigentlich diese kindliche, spielerische Faszination, dann löst das bei mir, also einmal ist das dann meine persönliche Weiterentwicklung, eben übers Ausprobieren von neuen Dingen zu neuen Ergebnissen zu kommen. Aber eben auch mit dieser Faszination schaffe ich es dann auch, Krisen, die ich habe, zu bewältigen und immer in diese Adlerperspektive zu gehen und mir das Ganze von oben anzuschauen. Und das kann ich seit Corona immer schneller. Früher hat das länger gedauert, früher hat das manchmal Wochen, Monate, Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, okay, das hat also mit dem zu tun und das ist entstanden, weil das, aha, okay, jetzt wird ein Schuh draus. Das schaffe ich mittlerweile relativ schnell, dass ich erkenne, okay, hier ist was gewesen, was ist die Ursache dafür, woher kommt das und wie kann ich diese Energie, wenn ich in der Krise bin, so transformieren, dass es mir und auch meinem Umfeld, meiner Familie wieder gut geht.